Du hast es gerade gut im Eis können, dann guck mal, was ich Schönes habe. Hey Jogi! Was ist das? Was ist das? Jogi, was ist das? Was ist das für ein Push? Jogi, das kann man ja gar nicht verteidigen, oder? Natürlich kann ich nichts verteidigen, Bro, ich hab nichts! Ich hab keine Gefährdung, guck mal, mein Push soll ich Stephanie Kohler nicht. Jogi, das ist so dumm, aber man kann ja einfach... Warte mal, geht das? Was soll zu tun? Ah, Wurde, du willst mich rum und dumm kiten. Fliegt der jetzt einfach dumm und rund? Okay, das ist gefreased, ja. Kingtower ist natürlich an, klar. Alter, ist die Defensive fliegen. Warum hast du gefreased, Alter, denn? Hä? Was ist das denn? Hä? Ich hab ein Spiel gegen ALG! Ich hab einen Pilz. Du hast zwei Gebäude. Und der erst nervt mich jetzt. Kann ich ablehnen? Hey, jetzt mal ganz kurz. Ich geh Fürst-Try, äh Fürst-Try einfach Royal Giant Ice-Germindbrücken. Was willst du machen?